Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich gerne zeigen, wie man einen Porzellaneffekt oder Porzellanhaut-Effekt muss man ja wohl sagen oder eine Porzellanhaut mit GIMP erstellen kann. Dazu habe ich mir hier diese Vorlage gerichtet und habe mir bereits die Haut im Großen und Ganzen freigestellt. Das heißt, wir werden ja diesen Porzellaneffekt oder Porzellanhaut-Effekt nicht auf den Lippen haben wollen oder auf den Augenbrauen und so weiter in den Augen. Und deshalb müssen wir das freistellen. Das habe ich gemacht, indem ich rechte Maustaste auf diese Ebene hier Alpha-Kanal hinzufügen und dann mit einem Radierer die Augenbrauen und die Augen und den Mund ausradiert habe und den Hintergrund natürlich und die Haare und so weiter. Nun, um diesen Porzellaneffekt oder Porzellanhaut-Effekt zu erzeugen, gehen wir ja hin, rufen Filter auf, rufen GIMP auf und gehen hier erst einmal hin, machen Vorschaugröße groß und suchen uns hier bei Filmemulation Various. Ja, und hier gehen wir auf Post-Normalize und stellen hier Vibrant Alien ein. Und wir können das natürlich hier so nicht lassen, weil da zu viele Schatten drin sind, aber man sieht hier schon ein gewisses Weiß, das sozusagen diese Porzellanhaut simulieren kann. Deshalb müssen wir jetzt hier an dem Filter noch einiges einstellen. Beim ersten Wert, beim Gamma-Wert, gehen wir auf 0,54. Beim Kontrast gehen wir auf 1,63. Bei der Helligkeit gehen wir auf 6,17 oder 6,17. Den vierten Wert von oben, den lassen wir so stehen. Und beim letzten Wert, bei der Sättigung, gehen wir auf minus 0,39 und bestätigen mit OK. So, jetzt haben wir die Schatten ziemlich ausgemerzt. Das hatten wir ja schon sowieso vom Bild her unten. Und ja, ich würde vorschlagen, schauen wir uns das mal an. So, das geht ja jetzt erst nicht. Erst müssen wir den Filter mal anwenden. Wir bestätigen einfach mit OK. Und nun haben wir hier ziemlich weiß das Ganze gemacht. Das sieht sehr künstlich aus. Das können wir natürlich so nicht lassen. Schalten wir mal die untere Hauptebene sozusagen zu. Und was wir nun machen werden, ist folgendes. Wir werden erst einmal die Ebenen-Deckkraft auf 50% setzen. Und den Ebenen-Modus hier auf Softlight. Jetzt ist zwar das schon ein bisschen aufgehellt. Das reicht uns aber noch nicht. Deswegen gehen wir hin. Duplizieren die Ebene noch einmal. Und jetzt können wir uns entscheiden, ist uns das weiß genug oder wollen wir noch eine Ebene dazu machen. Das ist eine Frage, die man so entscheiden kann. Ich möchte erst mal sagen, wir werden mit zwei Ebenen hier arbeiten. Das ist wichtig. Im nächsten Schritt gehen wir hin. Rechte Maustaste auf die obere Ebene. Sichtbare Ebenen vereinen. Wenn dieser Vorgang beendet ist, werden wir jetzt erst einmal wieder Gmig aufrufen. Und suchen uns hier bei Repair, den anidrosopischen Filter. Und hier lassen wir die Standardwerte im Grunde stehen. Bis auf einen Wert und zwar den von der Anisotropie. Und hier werden wir hingehen und werden den Wert auf 0, haben wir hier vorne stehen, 62 setzen. So, das reicht uns noch nicht ganz, sehe ich. Ah, naja doch. So, ich würde vorschlagen, wir lassen das so stehen und bestätigen einfach mit OK. Was wir nun machen werden ist, die Ebene duplizieren oder wir können das auch so lassen. Lassen wir das mal so stehen und gehen auf Filter, Gmig erneut anzeigen und suchen uns hier diesen berühmten Filter, den ich nicht aussprechen kann, Smooth Skin. Naja, war ja so schlecht nicht. Gut, und hier lassen wir einfach die Standardwerte stehen auf Automatik und bestätigen mit OK. Damit zeichnen wir die Haut noch ein bisschen weicher. Und wenn wir wollen, können wir vielleicht das nochmal wiederholen. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Und lassen wir es nochmal, schauen wir uns das nochmal an. Können wir machen, müssen wir nicht machen. Ah, ich würde vorschlagen, wir lassen es so wie es ist. Brechen hier ab. So, nun sind wir im Grunde genommen fertig. Original. Bild. Vorlage. Porzellanhaut. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch ein wenig Freude gemacht. Ja, belohnt mich doch für meine Arbeit mit einem Daumen hoch vielleicht, mit einem Kommentar und einem Abo, mit Kritik. Wie auch immer, würde mich freuen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's euch noch ein wenigoraus.